Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man Wandfliesen verlegen und somit zum Beispiel mit einem Nivelliersystem richtig an die Wand legen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte hierfür mein bestehendes Wandstück mit einer kleinen Ecke fließen und hierfür verwende ich so ein spezielles, wiederverwendbares Nivelliersystem, was für Anfänger wirklich perfekt geeignet ist, da man dadurch nämlich alle Fliesen schön auf eine Höhe bekommt und zwischen den Fliesen nicht unschöne überstehende Kanten hat. Meinen Untergrund habe ich in einem extra Video schon mal grundiert bzw. abgedichtet, dass diese einfach gleich stark saugend ist und somit der Fliesenkleber einen optimalen Halt hat. Und jetzt geht es erst einmal darum, dass wir uns Gedanken über das Verlegemuster machen, denn ich würde nicht empfehlen, dass wir zum Beispiel jetzt bei der Ecke einfach mit einer großen ganzen Fliese beginnen, da es einfach auf der anderen Wandseite so ausschauen könnte, dass wir zum Beispiel mit einem schmalen Streifen auskommen, was optisch natürlich nicht wirklich schön ausschaut. Außerdem würde ich darauf achten, wenn wir zum Beispiel einen Sanitärgegenstand haben, wie ein Waschbecken, dass wir unsere Fliese dem Sanitärgegenstand entsprechend entweder mittig oder natürlich zur Fuge mittig hin ausrichten. Ich habe mich deswegen dafür entschieden, dass ich mal eine Fliese halbiere. Das Ganze habe ich mit einem Fliesenschneider in meinem extra Video auch schon gezeigt und die geschnittene Seite, die schaut jetzt anschließend auch zu meiner Ecke bzw. zu meiner anderen Wand hin. Wichtig ist, hier hinten wird auch am Ende noch ein kleiner Abstand gelassen, dass wir hier einfach eine kleine Dehnungsfuge haben. Und das Ganze wird später natürlich auch noch mit Silikon sauber verfugt. Ich persönlich lege am liebsten übrigens die unterste Reihe zuerst, dass natürlich die Fliesenreihen darüber mir auch nicht nach unten wegrutschen können. Und natürlich sollten wir auch darauf achten, dass wir wieder hier unten einen kleinen Abstand zu unserer Bodenfliese hinbekommen. Das kann man übrigens mit solchen Fliesenkreuzen bzw. Fugenkeilen relativ gut machen. Und in meinem Fall habe ich mir auch mal einen Laser noch aufgestellt, dass ich natürlich auch dementsprechend schön gerade meine erste Reihe ziehen kann. Nicht, dass mein Boden hier etwas schief ist und dann natürlich auch meine Wandfliesen schief werden. Wenn du die unterste Reihe übrigens schneiden musst, da du zum Beispiel eine Vormauerung besitzt und natürlich deine Fugen dementsprechend auch auf der gleichen Höhe haben willst, dann solltest du auf jeden Fall mal ganz genau von hier oben aus das Ganze nach unten messen. Bitte natürlich auch deine entsprechende Fugenbreite nicht vergessen. Und wir können die richtige Höhe entweder mit dem Linienlaser wieder ausrichten oder aber mit einer Wasserwaage das Ganze einfach mal mit einem Bleistift anzeichnen. Jetzt aber genug Gerede, deswegen ich mir auch mal so viel Fliesenkleber amische, wie ich natürlich auch verarbeiten kann. Die Konsistenz schaut super aus, das Ganze ist nicht zu fest, aber auch nicht zu flüssig. Und als nächstes gebe ich jetzt mal meinen Fliesenkleber auf die Wand drauf und kann das Ganze danach auch mit so einer speziellen Zahnkelle noch ordentlich verteilen. Bei meinen 30 x 60 cm Fliesen ist so eine 10er Zahnung wirklich optimal dafür geeignet. Doch wenn du noch größere Fliesen verwendest, dann würde ich auf jeden Fall noch eine etwas größere Zahnung verwenden. Zum Boden hin lassen wir wie gesagt etwas Abstand und natürlich auch zu unserem Strich nach oben, dass wir den auf jeden Fall noch sehen können. Die Zahnkelle bitte übrigens relativ stein halten, dass wir natürlich auch unsere volle Zahnung hier halten. Und am Ende wirklich in eine Richtung mal komplett durchkämmen, dass nämlich danach auch die Luft unter den Fliesen nochmal deutlich besser entweichen kann und wir somit einen besseren Halt haben. Falls übrigens wie bei mir jetzt doch etwas auf den Boden gekommen ist, dann ist das auch nicht wirklich schlimm. Am besten einfach nochmal eine einfache Kelle zur Hand nehmen und natürlich unten diesen Spalt jetzt noch etwas wieder freigratzen. Und wir können natürlich auch jederzeit gerne mit einem Schwamm das Ganze hier unten wieder etwas sauber machen. Als Abstandshalter habe ich mir schon mal zwei solche kleinen Fliesenkreuze unten drunter gelegt und nun geht es darum, dass wir unsere Fliese mal noch ohne Druck natürlich richtig rum gegen die Wand halten. Und jetzt mit etwas Druck circa ein Zentimeter nach oben schieben und danach wieder ein Zentimeter dementsprechend nach unten. Denn dadurch kippen wir jetzt diese Kämme direkt um und wir haben nachweislich wirklich viel weniger Hohlräume darunter und natürlich auch eine viel bessere Haftung unserer Fliese. Die erste Fliese sitzt jetzt natürlich dementsprechend nochmal hier außen auch am besten etwas den Fliesenkleber entfernen. Und wir sollten natürlich auch noch das Ganze jetzt mit unseren Strichen kontrollieren. Bei mir schaut es super aus und falls nicht, wie gesagt, einfach solche kleinen Fugenkeile noch hier dementsprechend darunter geben. Ich persönlich entferne den Fliesenkleber ganz leicht mal zu meiner zweiten Fliese, in dass ich da danach keine Probleme habe, dass es mir den Fliesenkleber auch durch die Fugen nach vorne drücken kann. Und gebe die Fliese wieder leicht gegen meine Wand, schaue, dass ich sie wieder circa ein Zentimeter nach oben schieben kann und gehe danach wieder einen Zentimeter nach unten. Laut Hersteller von unserem Nivelliersystem brauchen wir eine Fuge von mindestens zwei Millimeter, dass wir das System danach einfach wiederverwenden können und nicht zum Beispiel abbrechen müssen. Und bei mir ist das auf jeden Fall eingehalten, weswegen ich mal dementsprechend das System einfach hineingehe, danach an dem orangen Griff hier hinten um 90 Grad drehe, dass sich hinten dieser Haken auch auf der Rückseite der Fliesen festsetzt. Und dann kann ich nämlich hier auch schon mal per Hand dieses schwarze Teil im Uhrzeigersinn festdrehen, dass natürlich jetzt auch dementsprechend meine Fliesen auf derselben Höhe sind. Die erste und somit wichtigste Fliesenreihe sitzt und von dieser aus können wir jetzt einfach nach oben hin das Ganze weiterverarbeiten. Auch hier die Fliese erst wieder in den Kleber hineingeben, etwas nach oben drücken und dann das Ganze wieder circa ein Zentimeter runterschieben. Für den richtigen Fugenabstand verwende ich jetzt solche Fugenkeile hier, die haben nämlich den Vorteil, ich kann das Ganze nochmal etwas besser anpassen als mit Fliesenkreuze, da solche Fliesen von Werk aus einfach nie zu 100%ig gleich groß sind und wir natürlich auch optisch schauen wollen, dass hier unsere Fugen in etwa überall gleich groß sind. Nicht, dass ich hier jetzt halt meine Fugenkreuze einsetze und auf einmal fünf Reihen weiter oben habe ich dann hier zum Beispiel einen kleinen Versatz. Das möchte ich auf gar keinen Fall haben. Auch hier schiebe ich mir meine Fliese mal wieder so hin, dass dementsprechend die Fugen in etwa gleich groß sind und danach wieder mit unseren speziellen Fliesenkeilen den Abstand hier unten natürlich auch dementsprechend noch ausrichten. Im nächsten Schritt unser Nivelliersystem mal wieder dementsprechend einbringen und per Hand festdrehen. Und wenn unsere Fugen immer noch passen, dann am besten mal dieses spezielle Werkzeug zur Hand nehmen, mit einer Hand bei der Befestigung vorne diesen Hebel jetzt festhalten und mit der anderen Hand können wir mit dem Werkzeug nämlich das Ganze noch etwas fester anziehen. So können wir jetzt beliebig viele Fliesenreihen setzen, das ist eigentlich immer dasselbe und bei Innenecken schaut es einfach so aus, dass wir mal unsere geschnittene Seite von der Fliese einfach gegen die andere Fliese geben. Natürlich wieder einen kleinen Abstand halten, der später unter Silikon verschwindet und bei Außenecken empfehle ich auf jeden Fall solche Fliesenschienen und damit bekommt man auch einen sauberen Abschluss hin. Wie man diese übrigens richtig setzt, dafür habe ich natürlich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal. Laut Hersteller von unserem Nivelliersystem sollten wir den Fliesenkleber jetzt mal für circa sechs Stunden antrocknen lassen, dann bleiben die Fliesen auch schon auf jeden Fall an der Wand kleben und wir können unser Befestigungsmaterial mal entfernen, ohne dass dieses natürlich im Fliesenkleber komplett mit eintrocknet. Hierfür einfach mal das Werkzeug hingegengesetzt ansetzen, hier vorne mit einer Hand festhalten und wir können nämlich das Ganze auch schon lösen und per Hand ganz einfach entnehmen. Danach natürlich den Hebel wieder um 90 Grad drehen und wir haben das System auch schon draußen. Als nächster Schritt sollten wir unseren Fliesenkleber laut Herstellerangaben noch komplett durchtrocknen lassen, das kann von der Seite immer relativ unterschiedlich sein und dann geht es nämlich auch schon darum, dass wir unsere Fugen mal noch dementsprechend richtig verfugen. Und auch dafür habe ich natürlich auch schon ein extra Video auf dem Kanal und somit haben wir solche Wandfliesen auch schon richtig verlegt. Wenn du dir für zu Hause übrigens Fliesenkeile, ein Nivelliersystem, so eine Zahnkeile oder natürlich auch hochwertigen Fliesenkleber zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.